Du musst ganz einfach vertreten. Ach, halt. Ja, für mich. Bitte schön. Denk nicht, dass die was für dich ist. Und du nicht so, als wenn du schon gefunden wärst. Na, hast gebetet, du Heid? Nenn ihn nicht einen Heiden, wo er doch schon so viele Messen geschrieben hat. Aha, hast vielleicht grad das davor Magdalena erzählt? Aber Herr Schubert, das weiß doch jeder. Ich hab ja selber schon oft mitgesungen. Langweiten, mein Nimmerschober. Kommens, sonst verdienen sie's noch. Ich reicht nicht colour aus und such. Hey, ich darf nicht zum Beispiel. Ich bin bis dahin von der Korte. Ich habe ein Problem, dass ich Colomb nannte, wie es heißt. Ja, ich bin ein Problem. Und dann tun sie mich, damit ich mich карte. Und dann kann ich mich. Und dann wird sie die Zukunft, und dann? Ich habe dich mit mir leschen. Und dann bin ich weiter ein paar Mal. Ich bin aber auch nicht. Und dann bin ich deut, du musst. Hoffentlich werde ich nicht zähkrank. Aber gängens. Sehr originell, Schauber. Wie lange fahren wir denn? Jetzt nicht schon wieder. Zum Fest kommen wir grad richtig. So mancher sieht mit finsterer Miene die weite Welt sich grollend an. Des Lebens wunderbare Bühne liegt ihm verliebens aufgetan. Da weiß ich besser mich zu nehmen und fern der Freude mich zu schämen genieß ich froh den Augenblick. Das ist denn doch gewiss ein Glück und fern der Freude mich zu schämen genieß ich froh den Augenblick. Das ist denn doch gewiss ein Glück. Das ist denn doch gewiss ein Glück. Und das ist doch gewiss ein Glück. Gib deine trägarten Hand weg. Denn weil kein Bahn mich hielt und fangen kam ich von keinem Bauch zurück. Und das ist doch gewiss ein Glück. Und das ist doch gewiss ein Glück. Das ist doch gewiss ein Glück. Hast du gehört? Mein kleiner Racker. Da schau her. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Herr Schubert! Sie ahnen ja gar nicht, was Sie uns mit Ihrem Besuch für eine Freude machen. Ja, aber das Schubert ist ja... Spauen! Der Herr Schubert hat mich nämlich vor ein paar Monaten auf einer Gesellschaft angeredet. Obwohl ich sagen muss, dass er mir schon den ganzen Abend wegen seiner Erscheinung aufgefallen ist. Wie geht's mit dem Komponieren? Wenn ich auch etwas sagen darf. Unser Freund Schubert komponiert so fleißig, dass die Herren Verleger überhaupt nicht mehr nachkommen mit den Hefteln. Das lassen Sie sich gefallen? Und wie? So reise wenigstens, wie gerne ich sein möchte. Was muss doch... Kaum! 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 Kaum, Kaum! Kaum! Haum, Kaum! Willkommen! 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 Das war's für heute. Bitte.